Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Laurulus Dinosaurus und ich hoffe, der Krach von der Waschmaschine stört euch nicht im Hintergrund. Ich habe zwei Etsy-Bestellungen bekommen. Einmal von dem Shop WashiFull. Da habe ich mir zwei Samples bestellt. Also einmal hier dieses. Das obere ist ein X-Men-Tape. Das fand ich sehr, sehr niedlich und sehr, sehr cool. Und eine Freundin hatte mir das schon mal geschickt gehabt. Also einen Link, wo man das kaufen konnte. Aber da war es schon ausverkauft. Und hier sieht man hier Quicksilver und Beast. Also Pietro Maximoff und Hank McCoy. Hier auf dem anderen sieht man Charles und Eric, wie sie Schach spielen. Und das untere Tape ist ein Avengers-Tape. Also hier, da wo mein Daumen ist, da ist der Hulk. Ich halte nämlich gerade die Kamera mit einer Hand. Sonst würde ich es mal aufwickeln. Aber, ähm, ja. Ich wollte die Tapes nämlich jetzt benutzen. Und dann, äh, ja, war ich zu faul, einfach die Kamera nochmal aufs Stativ zu drehen. Und dann muss ich die Füße da größer machen. Und ja. Das hier von WashiFull. Und dann habe ich bei einem Shop bestellt, bei dem habe ich schon mal bestellt. Nämlich meine letzte Washi-Bestellung. Und zwar bei dem Shop Zaka Lover. Und, ähm, ach, was ich noch sagen wollte. Als ich hier, ähm, bestellt habe, habe ich diese Sticky Notes, von den Disney Zümme Zümme, dazu bekommen. Als extra. Sehr, sehr lieb. Dachte mir erst, ich war, ich habe, ich habe erst das hier gesehen und dann dachte ich so, hä, das habe ich doch gar nicht bestellt. Aha. Dann war es ein extra. So, und bei dem Shop Zaka, Zaka Lover, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, habe ich, ähm, zweimal Sticker bestellt. Und zwei Washi-Tapes. Das eine Washi-Tape ist so ein, ähm, ja, Märchen-Tape. Da ist nämlich ein Tape, äh, der Wolf und die sieben Geißlein. Miss Time Masking Tape heißt das. Und da steht drauf, oh, my dear friend, I'm glad to see you. So sieht das dann aus. Fand ich sehr, sehr süß. Und dann ein Mi-Tape. Da ist dann so ein Mädchen drauf, ähm, mit einer Katze. Das mache ich mal kurz auf, einen Moment. Ich habe es jetzt nicht ganz aufgerollt, aber dass ihr mal seht, so den groben, erinnert mich ein bisschen an, an den Anime She and Her Cat, den ich letztens geguckt habe. Sehr, sehr cute. Ja, das, das könnten Miezi und ich sein. Ich nehme sie hoch, möchte sie knuddeln und sie, nein, bleibt bloß weg. Dann haben die mir von dem Shop hier noch so eine Karte mit reingelegt. Ein Pferd. Und hier die Sticker. Hello Jane. Heißen die. Ich halte mir die Kamera ein bisschen höher. Hello Jane heißen die. Und da sind halt diese zwei Mädels drauf. Dieses Sticker-Sheet hat mir eine Freundin in einem Brief schon mal mitgeschickt. Und weil ich die so süß fand, habe ich mir die selber bestellt. Hier ist noch eins. Das sind koreanische Sticker, müssten das sein. Aber die sind super, super süß. Ja, das war's auch schon eigentlich. Ich wollte euch das nur schnell zeigen und ich habe mich endlich getraut, in mein Travelers Notebook reinzuschreiben. Ich habe jetzt einfach die Sachen reingeschrieben, die neu waren, die neu angekommen sind, wenn irgendwas Tolles passiert ist zum Beispiel. Oder wie heute, mein Phaser kam an. Ich finde es immer noch ultra cool. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Bye, bye.